Ja, hallo Chef, ich komme zu spät, weil es gibt Straßenverkehr. Telefonieren am Steuer ist genauso gefährlich wie betrückende Autofahrer. Bitte konzentriert euch immer auf den Verkehr und setzt euch danach lieber in den Park und lest ein Buch. Telefonieren ist gar nicht so wichtig, wie man immer denkt. Ich bin hier in der Pfanne.